Tja, Albert, was sagen wir denn dazu? Wir haben gute deutsche Kunst. Das freut mich auch so ordentlich. Dann komm doch bitte rüber ans Puls, mein jüngeliger Freund. Da hinten eilen zwei Damen heran. Bitte schön, bitte schön. Schönen guten Tag. Guten Tag. Darf ich euch diese netten Herren vorstellen? Albert Mayer? Freue mich sehr. Ich bin der Horst. Und wer seid ihr beide? Ich bin die Doris. Ich bin die Dagmar. Doris und Dagmar. Ja, verwandtschaftlich irgendwie Freundin? Wir sind zwei beste Freundinnen. Beste Freundin? Ja, kann man so sagen. Wie lange schon? 32 Jahre. Da kann man das sagen. 32 Jahre ist viel passiert. Ja. Da hat man sich beigestanden, viel Tränen gelacht und immer mal geweint. Genau. Und wem gehört das Bild? Mir. Wo wohnt ihr? Ich komme aus Köln vom Butzweiler Hof. Ach, schöne Ecke da. Ja, da kann man viele alte Autos gucken. Ja. Und du? Ich komme aus Aalen in Westfalen. Ja, dann seid ihr gar nicht so nah beieinander. Nein. Ich meine, geht noch zum Besuchen, aber ist jetzt nicht mal eben rübergehend für ein Täschen Kaffee trinken. Ich bin gebürtig aus Aalen, habe 65 Jahre in Aalen gewohnt und wohne jetzt zehn Jahre in Köln. Wem, also das Bild gehört dir, das habe ich ja gerade schon mitbekommen über Albert. Ja. Wie lange ist es schon bei euch? Also das Bild ist gar nicht lange bei uns, das habe ich von einer guten Bekannten bekommen. Die wollte das wirklich nicht mehr haben, dieses Bild. Und das ist ihr vor eine Wand gefallen, das hing in einem Treppenhaus, in einem großen Treppenhaus und ist das ganze Treppenhaus runtergefallen. Und ja, und dann stand das da und dann sagt sie, ach Doris, nimm das Bild mit und ich will es nicht mehr haben. So spielt das Leben. Ja, und wenn es jetzt verkauft werden würde, macht ihr dann halbe, halbe oder wie macht ihr das? Ja, machen wir immer. Ja, immer? Immer. Weil lieber Albert, lieber, ich bin am Überlegen, dieser Hintergrund, der da angezeichnet, entweder hatte der Maler keine Farbe mehr, keine Lust, kann den Himmel malen oder aber es ist schlecht Wetter. Nein, dieses Bild spiegelt den klassischen deutschen Expressionismus wider. Dieses Bild ist ganz großartig. Das ist große deutsche Kunst. Das Bild ist links monogrammiert, das ist auf der Tatfaserplatte gemalt mit WRH, Willi Robert Huth. Und das notatiert 1957. Und Willi Robert Huth war ein berühmter deutscher Expressionist, 1890 in Erfurt geboren, 1977 in Berlin gestorben und ist sein ganzes Leben praktisch immer in den Sommerferien in Nebel gewesen. Im Nebel? In Nebel. In Nebel. Nebel ist der Ort. Ach, wie oft heißt Nebel? Der Ort heißt Nebel und ist auf der Insel Amrum. Die Kirche heißt St. Clemens und der Ort ist auf der Insel Amrum und da war der Künstler praktisch jedes Sommerferien hat er auf Amrum verbracht und hat dieses Bild gemalt. Er war befreundet mit allen großen deutschen Expressionisten. Er ist 1928 der Berliner Sezession beigetreten, 1929 war er beim Deutschen Künstlerbund und hat eine schreckliche Zeit verbracht während des Ersten Weltkriegs, hat er danach auch viele Bilder gemalt, die den Schrecken des Krieges gezeigt haben und anschließend hat er natürlich auch sich wieder den Freuden des Lebens gemütet und hat Jahrmarkt-Szenen, Tanz-Szenen, Ballett-Szenen, Porträts gemalt, aber hauptsächlich hat er solche großflächigen Farben benutzt und hat den ganzen Stil des Expressionismus gemalt. Ich finde es schön, ein schönes Bild. Also ich muss sagen, ich bin ganz begeistert. Ich finde es ganz, ganz toll. Also wir wissen, wie er es gemacht hat, wann es gemacht worden ist. Was sagst du zum Zustand? Am Rahmen sehe ich, dass es runtergefallen ist, aber dann ist es nicht weiter schlimm. Dann ist der Rahmen nochmal gebrochen und dann sind so weiße Striche an der Seite hier zu erkennen. Das wurde wahrscheinlich wie der Rahmen, der ist ein einfacher, schlichter Holzrahmen, aber der war zu dieser Zeit, 1957, war der üblich. Das ist ja kein Barockrahmen. Da wurde der gepinselt, deswegen sind die weißen Striche an der Seite. Aber das kann man ja gar nicht einfach reparieren dann. Es sind keine großen Beschädigungen, da hier seitlich kann man natürlich ganz gut den Sturz erkennen, dass es mal runtergefallen ist. Aber der Gesamtzustand ist sonst, kann man ja nichts machen. Ist gut. Wenig Reparaturen, aber man muss weit dran tun. Ja, es gehört man vielleicht gereinigt auch. Ja. Aber ansonsten. Öl auf Hachtfaserplatte. Ich bin begeistert. Ja, Maler ist bekannt. Ja, großer deutscher Expressionist. Alter ist drauf. Wann ist es halt gemalt worden? 57. 57. So, dann steht ja hinten alles drauf. Nicht alles. Da steht aber viel drauf. Da steht Willi Robert Huth. Sogar die Uhrzeit, 1957. Die Uhrzeit, ja. Also auf der Rückseite steht was alles drauf? Willi Robert Huth, das ist die Signatur. Ja. Und dann Kirche auf Ambrum und 1957. Gut. Was möchtet ihr haben fürs Bild? 500. Wie beurteilt Albert den 500-Euro-Wunsch? Viel zu wenig. Viel zu wenig. Das würde ich gerne. Gemälde dieses Künstlers sind nach wie vor auf dem Kunstmarkt gefragt und gesucht. Durch das, dass er ein berühmter deutscher Künstler ist, würde ich sagen, Minimum. Minimum. Wenn die das erkennen. Ansonsten habt ihr jetzt alles bekommen, was ihr braucht. Ein Werkzeug für die Verhandlung. Ja. Viel Spaß. Vielen Dank. Haben Sie jetzt noch was im Kopf, was ich gesagt habe? Alles Albert, guck dir die an. Wunderbar, wunderbar. Tschüss ihr zwei. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Pinselstrich. Also toll. Die Farben sind schön, die passen wunderbar zusammen. Auch der Rahmen dazu, sehr stimmig. Ich finde das sehr, sehr schön. Wirklich. Ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich natürlich. Aber die Spannung steigt. Jetzt kommt es darauf an. Stößt das große Gemälde im Verkaufsraum auf große Begeisterung? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie hoch von Norden, Osten, aus Amrum? Nein. 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 Sie haben nur eine Dorfansicht, beziehungsweise eine Kirchansicht von Amrum mitgebracht. Ja, die Clemens Kirche von Amrum. Clemens Kirche. Original Raben sogar noch. Ja. Ich starte mit 400 Euro. 450 von mir. 500 bei mir. Ich mache mal weiter mit 600. 650. 700. 750. 800. 850. 900. 950. 1000. 1100. 50. 1200. 50. 1300. 50. Es schleicht sich ein leichtes Lächeln auf Ihre Gesichter. 1100. 50. 2000. 50. Sie strahlen schon, oder? Ich strahle immer viel Luft nach oben. Ja. Ich bin Ihnen zweieinhalbtausend, um das ein bisschen abzukürzen. Es hat funktioniert. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, Ihnen zweieinhalbtausend Euro zu überreichen und dieses tolle Gemälde meine eigenen zu nennen. Dann machen wir das. Machen wir? Ja. Wunderbar. Das sind 246. 8000. 246. 8000. 2000. 22. 24. Und noch ein grüner. Das sind 2500 Euro. Ich komme mir vor, löse meine Schuld. Ganz herzlichen Dank und freue mich wirklich wahnsinnig. Wir haben zu danken und danke war es mit dem Bild. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ich wünschte, ich hätte Dankeschön sagen können. Tja, ich sage Dankeschön. Tschüss.